Hallo und herzlich willkommen auf eurem GIMP Tutorial Kanal. Mein Name ist Michael. Heute möchte ich ein herzliches Foto bearbeiten und zwar hier dieses Kürbisfoto. Ihr findet das natürlich wie immer in der Beschreibung des Videos unten, damit ihr das nachbauen könnt. Ich möchte hier mit dem Superfilter G-Mig erst einmal arbeiten. Und zwar möchte ich gerne die Helligkeit anpassen und so weiter. Dann möchte ich mit dem Superfilter G-Mig unter Kurven den LAB Farbraum sättigen, um dann einfach nochmal unter G-Mig bzw. unter GIMP direkt den Luminanzkanal zu schärfen und zum Schluss kommend einen lokalen Kontrast hinzufügen. Wie gesagt, dieses Foto, das ich hier benutze, das findet ihr wie immer in der Beschreibung des Videos, damit ihr das nachbauen könnt. Ich dupliziere die Ebene hier einmal. Und schalte die untere Ebene aus. Die behalte ich immer wieder, um vergleichen zu können. Jetzt rufen wir den Superfilter G-Mig auf. Filter G-Mig Qt. Für die allermeisten Windows Nutzer ist dieser Superfilter nicht in GIMP enthalten, sondern man muss ihn selbst installieren. Dazu geht ihr einfach auf G-Mig.eu, also ohne dieses Zeichen hier einfach zusammengeschrieben. G-Mig.eu, dort findet ihr eine Echse, die ihr herunterladen könnt. Und wenn ihr die installiert habt, findet ihr die dann in eurem GIMP, das ihr vorher installiert habt, wieder. Wir beginnen damit, dass wir die Helligkeit hier ein bisschen anpassen und die Farbtemperatur und so weiter. Wir öffnen hier Farben, gehen hier unten hin auf Normalized Brightness. Und jetzt sieht man hier schon, dass hier durch diesen Filter, wie er hier voreingestellt ist, bestimmte Zonen wieder sozusagen erhellt werden und abgedunkelt werden. Ich möchte aber eine absolute Helligkeit hier erzeugen. Deshalb habe ich hier diesen Haken hier gesetzt, um dieses Foto so vorzubereiten. Das muss man übrigens, das ist jetzt hier nur ein Workflow, der eben für dieses Foto prima funktioniert. Ihr müsst nicht bei jedem Foto diesen Normalized Brightness nehmen. Das kommt immer darauf an, wie ihr das persönlich selbst einschätzt mit der Helligkeit. Okay, also ich nehme das mal anwenden. So, dann gehe ich hier zurück, gehe mal auf Color, also auf Farbtemperatur und werde jetzt hier eine automatische Farbbalance hernehmen lassen von dem Modul. Auch das werde ich einfach anwenden. So, wenn das geschehen ist, gehen wir zurück hier noch auf Color Balance. Und Color Balance habe ich hier Stretch Colors aktiviert. Das könnt ihr ruhig auch aktivieren. Und ihr seht hier, wie es ein normales Grau, das verwendet wird, um die Farbbalance eben neutral einzustellen. Ihr könnt hier jegliche Farben mal ausprobieren, wie es euch auch am besten gefällt. Einfach da draufklicken und dann könnt ihr einfach eine Farbe nehmen, die ihr wollt. Ich lasse es hier auf neutraler Farbe stehen und bestätige mit OK erst einmal. Jetzt haben wir hier dieses Foto durch diesen Prozess natürlich wesentlich heller gemacht. Auch hier ist es mehr oder weniger überstrahlt hell, aber das kriegen wir alles in den Griff. Ich werde jetzt dieses Foto mit G-Mig Colors Kurven bearbeiten und zwar mit den LAB Kurven. Dazu rufe ich wieder Filter, G-Mig erneut anzeigen auf und werde jetzt hier suchen Curves. Und wenn man hier die Curves gefunden hat, haben wir hier verschiedenste Möglichkeiten der Einstellungen. Wir haben den RGB-Farbraum, den CMY-Farbraum, etc., etc., HSV-Farbraum und so weiter, in denen wir dieses Foto zerlegen können. Ich nehme mal den LAB-Farbraum. Hier unten steht Aktive und Standard. Und wenn ich jetzt auf Anwenden gehe, dann sieht es jetzt hier ein bisschen klein aus, was die Kurven betrifft. Das liegt aber daran, dass ich eben hier in einer Auflösung von 2160p arbeite, also in 4K. Wenn ihr einen normalen Bildschirm habt mit 1980x1080, 1920x1080 Auflösung, dann ist das natürlich alles größer. Ich werde jetzt mal auf OK gehen gleich und ihr seht, jetzt kommt hier ein Fenster, wo wir die Kürbisse sehen. Und hier haben wir eben diese Farbkurven. Einmal Farbkurve A, Farbkurve B, hier haben wir den Alpha-Kanal und hier haben wir eine Wertkurve, wie wir sie auch aus GIMP her kennen. Ich werde das jetzt hier nicht größer ziehen, sondern ich werde einfach hier 1, 2 Kästchen von links unten hineinklicken, eine Kurve erzeugen und hier oben 2 Kästchen von rechts erzeugen. Das ist die LAB-Sättigungskurve, wie man sie benutzt normalerweise, wie sie von Profis benutzt wird, auch natürlich. Und hier bei dem A-Kanal, ich habe erst den B-Kanal gesättigt, spielt aber in dem Falle keine Rolle, machen wir das genauso. So, dann ein bisschen besser hier oben, da habe ich jetzt einen. So, ja, also so hätten wir jetzt diese Kurve, die Kurven so eingestellt, dass wir hier diese Sättigung erreicht haben. Ihr habt es gesehen, wie das geht. Hier die Kurven brauchen wir nicht die anderen. Wenn wir mit dem zufrieden sind, werden wir einfach hier dieses Fenster schließen und G-Mig berechnet nun genau die Farben und so weiter und verschwindet dann wieder und übrig bleibt eben unsere LAB-Gesättigte Ebene. Das ist ja jetzt hier schon mal ein ziemlicher Unterschied zu dieser Geschichte. Jetzt müssen wir den Luminanzkanal schärfen. Das hatte ich versprochen, also gehen wir auf Farben, Komponenten, zerlegen, nach wie vor. Wir können das auch anders machen, aber ich mache das jetzt mal noch so, auf diese bewährte Art und Weise. Suchen uns hier LAB, also den LAB-Farbraum und werden hier in den LAB-Farbraum zerlegen. Jetzt haben wir hier auch wieder Luminanzkanal, Alpha-Kanal und, Quatsch, Alpha-Kanal sage ich, Farbkanal A und B. Und wir werden hier oben den Luminanzkanal schärfen. Also das heißt, wir gehen hier hin, Filter, Verbessern und Scharf maskieren. Und hier würde ich vorschlagen, einen nicht allzu hohen Wert zu nehmen. Ich nehme mal hier den Clarity oder Wert, ja also Klarheit. Mehr brauchen wir nicht. Man sieht es hier oben an dem Ansatz, hier an dem Stil, dass das nicht zu schlimm, zu grob wird sozusagen vom Schärfen her. Deshalb habe ich hier bei Radius eine 0,80, 850 eingegeben. Nun bei der Menge auch das gleiche und bestätige mit, okay, ihr könnt es euch dann hier immer abspeichern und dem Kind einen Namen geben. Okay, also haben wir so gemacht. Jetzt gehen wir auf Farben, wieder Komponenten und wieder zusammenfügen. Und jetzt wird das alles wieder zusammengefügt mit der Schärfung, das mache ich jetzt hier Änderungen verwerfen, brauchen wir nicht mehr, die hier in das Foto mit eingebracht worden ist. Im nächsten Schritt und im letzten Schritt sozusagen oder im vorletzten Schritt, weil wir werden dann noch so ein bisschen Helligkeit anpassen und so weiter, werden wir hier einen lokalen Kontrast hinzufügen. Den lokalen Kontrast, den machen wir händisch ohne vorgefertigten Filter. Wir könnten auch G-Mig benutzen, aber das machen wir jetzt in dem Fall nicht, sondern ich zeige einfach mal, wie das händisch geht. Wir werden jetzt hier diese Ebene einmal duplizieren, gehen auf Filter, Weichzeichnen, Gauscher Weichzeichner und hier haben wir auch Blending Options, also hier wie hier, also Blending Optionen oder Blend Optionen und hier setzen wir die Blend Option auf Faser extrahieren. Und ihr seht, hier sieht man schon Kanten, die herausgehoben werden. Das ist das Ziel sozusagen bei dem lokalen Kontrast. Ich würde das hier stehen lassen, also keine großen, wie sagt man, Veränderungen nehmen bei der Größe hier, sondern ich kann es nochmal hier, das bringt überhaupt nichts, also machen wir es einfach wieder zurück hier auf 1,5. 1,5 und gut ist, ja. Und bestätigen mit, okay, also Faser extrahieren, okay. Und jetzt könnt ihr entweder rechte Maustaste neu aus Sichtbarem machen und dann mit einem Ebenenmodus arbeiten, aber ich lasse es einfach so und stelle hier den Ebenenmodus auf Überlagern. Und jetzt sieht man hier am Stil insbesondere wieder, dass der lokale Kontrast hier sich über dieses Foto legt, ja. Ich könnte es nochmal eins, wie sagt man, duplizieren, aber das ist mir dann einfach zu viel, aber ich mache das einfach mal aus Gründen des Zeigens oder obwohl, wir könnten hier 50% eingeben, rechte Maustaste, sichtbare Ebenen vereinen. Ja, das ist dann wieder Geschmackssache, wie ihr das hier heraushaben möchtet und so weiter. Also haben wir das jetzt hier mal so gemacht und jetzt kommen wir hier hin und gehen auf Farben, Werte. Und bei den Werten hier, bei den Farbwerten, werde ich einfach mal automatische Quellwerte einschalten, dann ist das Foto schon automatisch eigentlich eingerichtet. Ich möchte es aber noch ein bisschen dunkel anpassen, deshalb werde ich hier oben in dem Bereich, in den dunklen Bereichen, einfach den Regler hier ein bisschen noch nach rechts ziehen, vielleicht so bis an diese Kante hier. Ja, das ist auch wieder Geschmackssache, das müsst ihr dann selbst entscheiden. Und ich bestätige mit, okay, so, jetzt schauen wir mal, wie sieht es denn aus hier. Das war das ursprüngliche Foto und das haben wir draus gemacht. Also mit LAB Farbsättigung übersättigt quasi, aber da kommen die Farben richtig gut raus. Man sieht es hier hinten vor allen Dingen an dem Rot, ja. Und ihr könnt dann natürlich jederzeit, wie immer, mit allen anderen fertig, sozusagen fertigen Workflows, die ihr habt, mit dem Endprodukt sozusagen, das ihr herausgekriegt habt, arbeiten, indem ihr die Originalebene hier unten nochmal dupliziert. Und dann könnt ihr hier über diese, über die Deckkraft könnt ihr diesen Effekt regeln. So ist zum Beispiel schön, ja, das muss gar nicht 100% sein, aber ich mache es einfach mal, lasse es auf 100% stehen. Aber ihr könnt es einstellen, wie ihr lustig seid, wie ihr es braucht, wie es euch am schönsten, wie es für euch am schönsten ist. Und ich lasse mal hier volle Kanne, ja, drauf. Oder ich werde es einfach nochmal duplizieren, schalte die untere Ebene aus und dann mache ich es mal vielleicht mit 50%. So, und dann rechte Maustaste nach unten vereinen und gut ist, ja, so. Das ist schon eine schöne Sache. Und hier nochmal das richtig heftige. Man kann hier noch weiterarbeiten, indem man zum Beispiel ein wenig Dunst hinein macht, also Haze. Ja, da kann man Farben, auf Farben gehen, Kurven, das muss man nicht machen, aber ich zeige es mal einfach, wenn dann der Gaul mit mir durchgeht. Wir gehen hier hinsetzen bei 1, 2 Kästchen von links und 1, 2 Kästchen von unten einen Punkt bei der normalen Wertkurve hier, bei der Tonwertkurve. Und dann ziehen wir hier diesen ganz links in den dunklen Bereichen oder Schwarzbereichen nach oben und dann kriegt es so noch so ein bisschen einen Haze-Effekt, einen Tumbler-Haze-Effekt. Das kann man so machen oder auch nicht, ja, so. Und das ist einfach Geschmackssache, ne. Ich zeige ja hier nur so ein bisschen, halt einfach noch ein paar Tricks dazu, die man machen kann. Versucht es einfach mal, auch bei Landschaftsfotos bei anderen oder bei Porträts funktioniert das auch gut, dass man hier die Schwarzanteile ein bisschen herausnimmt durch dieses Verfahren. Ja, okay, also das war es schon, ich könnte, ich weiß nicht, soll ich das so lassen, ich mache es mal so, irgendwie schon schön, ja. Und so ist das Original, dann haben wir das so gemacht und hier eben diesen Tumbler-Haze-Effekt, den kann man hier noch ein bisschen nacharbeiten, indem man wieder die Werte ein bisschen anpasst und hier das Ganze noch so ein bisschen dunkler gestaltet oder einfach automatisch die Quellwerte, das ist mir dann zu viel natürlich, dann setze ich das wieder zurück. Und da muss man sehr aufpassen, dass wir mal mit den Mitten arbeiten und dann holen wir die Mitten so ein bisschen zurück. Und, ja, also das ist dann Geschmackssache, das könnt ihr dann machen, wie ihr wollt. Und ich lasse es einfach so, wie es ist und ich werde, ja, dieses Foto benutzen und, okay, also, herzlichen Dank fürs Schauen. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig Freude machen, es hat euch Spaß gemacht, dieses Video anzuschauen. Versucht es mal, nehmt andere Fotos mit dem LAB-Sättigungsfarbrauen. Profis machen das immer im Grunde genommen mit ihren Fotos, passt den Wert an sozusagen und den Modus, also die Deckkraft und verrechnet das mit den Ebenen unten, wie auch immer. Und dann bekommt ihr immer tolle Ergebnisse, mit denen ihr tolle Sachen machen könnt. Und, ja, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch ein wenig Freude machen, wenn es euch Spaß gemacht hat. Baut es nach, macht es schöner als ich. Und für die neuen Menschen, die hierher gekommen sind, gleich kommt der Abspann, da kommt das Kanalsymbol. Wenn ihr da draufklickt, könnt ihr diesen Kanal abonnieren, das würde mich sehr freuen. Und, ja, herzlichen Dank fürs Schauen. Ich zeige es noch einmal, ne, original. Dann haben wir das hier mit diesem LAB-Farbraum gemacht und 50% gesättigt und dann da oben hier diesen Tumbler Haze-Effekt hinzugefügt, wer es mag. Und, ja, viel Freude dabei und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017